ARD Text im Auftrag von Funk 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 Nein! Ernsthaft? Nur ein schon? Ja, aber we're out of range, ne? Oh shit, shit. Die eine Walle hat. Also ich bin ja eben schon kaum gestorben, ne? Aber jetzt... Das ist das einzige, was ich für noch ein Problem kriege, glaube ich, Mana. Da hat der Minion dein Schild abgegriffen. Okay, jetzt sollte ich lieber abhauen. Uh! Äh, ich geh trotzdem zurück. Sind wir lassen oder angreifen? Ähm... Äh... Äh... Brain of Car... Erstmal... Erstmal gucken... Auf was? Ja, guck mal, die fangen schon an... Ja, dann muss man angreifen, wenn man Vollgas... Von unten kommt... Oh, ETC, alte Segel! Los, du ran, das war's bauen. Ah, fuck. Dritt stehen geblieben, Idiot. Ja. Ah... 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 Das gibt's nicht. Oh, natürlich kommt die da wieder an. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt macht er gut. Ja... 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 Los, Flüsser. Da bin ich auch mal da. Ja... Ja... Zeit, ein paar Schnappen zu brechen! Ja... Boah... Verpisst euch doch, Alter. Ach, ja... Weg, weg, weg. Okay. Ich glaube... Ernsthaft? Ernsthaft? Ja... Aber in die alte noch erwischt. Fuck... Haha... Du hast dich für mich Opfer quasi... Du hast dich für mich Opfer quasi... Und... Na Ahnung, hier ist ein Kill, ne? Ja, und die hat auch... Äh... 4.000... Fast 5.000 Helden-Sharmsatz. Ich hab mehr. Boah... Das gibt's ja wohl... Oh Gott, jetzt... Sicher necke ich, Idiot. Boah... Hat grad gesprungen. Verschwinden wir für kurze Zeit. Doch... Wir kehren stets zurück. Unser Fang hat ein Vor- und zerstört... Abgang! Ha... Nicht schlecht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Naja, also für die... Ein raffinierter Schlag! Doch der Ende ist noch nicht bald! Hm... 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 Ist echt geil, ey! Bitte... Nicht einfach... Aus dem Weg! Worauf warten wir? Ein Helm ist weiter aus dem Kampf geflogen! Spieler Gaming for Fun. Hm... Hoch! Ach du Scheiße! Boah! Weg, 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 weg! Nicht mehr lange! Dann werde ich meinen Fein zerquetschen! Und ihr... Werden mir dabei helfen! Erzittere von deinem wahren Herrn! Oh, Mitte! Ja, ich könnte auch noch mal schneiden... Oh, wir müssen treffen! Es hilft uns nichts! Ja! Die Schatten sind in stetiger Veränderung! Wenn zuerst die D-Ds... Können aber nicht weg springen! Hörte! Was? Warum? Wenn da genügend Camp stehen und bei der Auslauf nur. Wo kommt denn das jetzt her? Jo, alles klar. Das war mal, äh, du das dann. Einfluss befreien, als Geburt der Hölle. Das kann nicht sein. Eines unserer Forsen liegt in Trümmern. Auf und Donner. Zuerst noch Sargent, hör mal bitte. Sag immer eurem Heiland. No, ich bin weg. Du hast getötetet. Und dann, ich bin weg. Auf wen stürze ich mich als näbte? Auf geht's. Und mir hat man gesagt, ihr hättet was genauer. Wie könntet ihr das zulassen? Dann mal los! Scheiße, du hättest mich richtig auf den Keks. Oh, ja. Ach, guck mal, wer da oben steht. Ich dachte, ich nehme wenigstens die Hämmer noch mit, aber... Hab dich falsch gedacht. Nur mal, Alter. Ja. Oh, Alter. Ja, das war klar. Alles klar, ich bin im Muschbitt. Oh, einfach von einem Stunt in den nächsten gefahren. Eine Zitadelle wird angegriffen. Ich werde dich lehren, was Verzweiflung wirklich bedeutet, Engel. Blut, Bauch und Donner. Das ist doch wohl nicht dein scheiß Ernst. Das gibt's ja wohl nicht. Verdammt! Verdammt! Das ist ja wohl. Ja, das war... Ja, das war... Ja! Ach, kein Wanner mehr. Ach, kein Wanner mehr. Sehr gut. Dann mal los! Was mach dich denn, da ich renne zurück hier, oder was? Was? Die sind gierig, die haben Bock mich zu töten. Was? Da folgt mich doch weiter. Oh, da betäubt die mich ernsthaft. Ich kann mich doch nicht für'n Tyranne töten lassen, oder was? Was? Aus dem Weg! Aus dem Weg! Merkt euch das fürs nächste Mal! Wird angegriffen. Oh, da war sie. Ich könnte ein wenig Fahnen brauchen. Worauf warten wir? Wir sind schiefreich. Ich verschwinde vor dir! Gut geheilt! Oh Mann. Heute werden die Himmel triumphieren. Dann mal los! Oh Mann! Ja, ich w guards! Oh man, das stinkt. Ja, alles klar. Niederlage ist aber eigentlich das englische Wort für Sieg. Auf jeden Fall wow, wow, wow. Ja, alles klar.